Nach wie vor dominiert das Thema Handelskrieg die Märkte und beim Thema Handelskrieg herrscht nach wie vor ein Headline-Chaos und das, was wirklich an den Märkten passiert, ist ein massiver Anstieg der Zinsen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir hatten ja gestern, man muss es vielleicht so klar sagen, die Fake News. Es gebe eine Einigung zwischen den USA und China, die bestehenden Tarife schrittweise zurückzufahren, zurückzuführen. Man hat nur vergessen zu sagen, dass es nicht eine Einigung ist, sondern eine Forderung seitens Chinas. Und das ist jedoch ein kleiner Unterschied, denn China besteht darauf, dass wenn man diesen Phase-1-Deal unterschreibt, dann muss eben klar sein, dass es ein Ablaufprogramm gibt, wie die bestehenden Zölle abgeschafft werden. Das wäre besonders natürlich für China vorteilhaft, weil man damit mehr zu gewinnen hat. Die Amerikaner haben ja deutlich höhere und höher volumige Zölle erhoben gegen chinesische Waren als andersrum. Und das ist genau die Schwierigkeit. Darauf werden sich die Amerikaner schlecht einlassen können, zumal sie dann ja ihr Druckmittel verlieren würden. Und das gibt Widerstand in dem Weißen Haus. Und wir sehen eben genau diesen Widerstand. Der kam dann gestern zum Ausdruck. Gestern später abends eine Meldung. Es gibt starken Widerstand innerhalb des Weißen Hauses, also innerhalb der Trump-Administration gegen die Abschaffung von Zöllen. Dann hatte Edward Lawrence, der für Fox arbeitet, diesen eigentlich Trump-nahen Fernsehsender, hat nochmal klargemacht, ja. China hatte der US-Administration gesagt, wir wollen, dass alle Zölle zurückgefahren werden. Die Amerikaner dagegen haben dann ein paar Zöllchen angeboten, haben gesagt, ja, fangen wir vielleicht mal mit denen an. Aber die anderen lassen wir bestehen. Es geht wahrscheinlich um die September, Mitte September eingeführten Zölle. Aber der Rest soll bestehen bleiben. Die September-Zölle könnte man vielleicht zurücknehmen, so die Haltung der Amerikaner. Aber das wird denen nicht reichen. Das ist das Problem. Dann ging es weiter mit dem Headline-Chaos. China will alle Zölle zurückführen. Das ist sozusagen das, was eigentlich die Grundhaltung ist. Und das, was der chinesische Sprecher des Handelsministeriums Gaofeng eben auch gesagt hat gestern. Das war eigentlich nur bisher so inoffiziell klar geworden, dass China wirklich darauf besteht. Jetzt ist es offiziell geworden. Eigentlich eine schlechte Nachricht für die Märkte, nach meiner Auffassung. Man hat es gefeiert, weil man eben feiern wollte, weil die Algos darauf programmiert sind. Und hier sagt Sven Henrik zu Recht, warum kaufen Algos unsubstanziierte Headlines, die also nicht stimmen, Dinge, die nicht stimmen, weil sie dumm sind schlichtweg. Und damit machen sie die Märkte auch ein Stück weit dümmer. Da fehlt es wirklich manchmal an politischer Urteilskraft, wenn wir uns das Geschehen um dieses Headline-Chaos anschauen. Gestern, später abends dann nochmal Larry Cutlow, Schönsprecher von Donald Trump, aufgetreten. Ja, ja, wir sind ja durchaus bereit, einige Zölle zurückzunehmen. Er hat das Risikosentiment wieder ein bisschen nach oben gezogen. Aber es ist sozusagen ein permanentes Hin und Her in Sachen Handelskrieg. Wir haben dann noch die Meldung hier Peter Navarro, der gesagt hat, naja, also hier mit der Zurücknahme von Zöllen, da haben wir gar nichts am Hut. Das ist sozusagen eigentlich gar nicht angedacht. Der Einzige, der das entscheiden kann, ist der Präsident Trump. Also hier sehen wir, dass die Dinge doch von den Hardlinern vor allem blockiert werden. Mike Pence, US-Vizepräsident Peter Navarro, Wirtschaftsberater. Dann allerdings ein Berater des Weißen Hauses heute Nacht auf Fox, der gesagt hat, er sei sehr, sehr optimistisch, dass es zu einem Handelsdeal kommen wird. Also es ist ein absolutes Chaos. Aber der Zweifel ist da. Die Märkte waren sich schon, wie schon so oft, sicher. Ja, jetzt kommt der Deal, jetzt kommt der Deal. Und wie schon so oft, stellen Sie fest, es ist deutlich schwieriger als gedacht. Die Lernkurve, wie gesagt, der Aktienmärkte ist nicht allzu steil. Mag daran liegen, dass da immer weniger Humanide sitzen, sondern eben Algos das Geschehen dominieren. Und die Chinesen haben natürlich jetzt Trump so ein bisschen in der Ecke. Die sagen, ja, wir wollen eigentlich das alles schon drin haben in diesem Phase-1-Stil, was eigentlich dann Phase-2, Phase-3 wäre. Das ist für Trump natürlich jetzt eine blöde Geschichte. Wird er jetzt versuchen, sozusagen harter Hund zu sein und eigentlich das durchsetzen, was er immer gesagt hat, sich selbst also praktisch beim Wort nehmen? Oder wird er jetzt, weil er denkt, er hat bessere Wiederwahlchancen, einknicken und dann als Bettvorleger landen? Das ist die große Frage. Innenpolitisch ist es schwierig, so etwas zu verkaufen. Fast alle Seiten sind dafür strenger, für einen härteren Umgang mit China. Also Trump kann da auch innenpolitisch sehr, sehr viel verlieren. Zumal jetzt eben auch plötzlich eine Gefahr kommt, die er gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Nämlich der ehemalige New Yorker Bürgermeister Bloomberg will wohl doch antreten bei den Präsidentschaftswahlen. Muss sich da bei den Demokraten ja erstmal durchsetzen. Aber Bloomberg ist natürlich eine echte Nummer. Ehemaliger New Yorker Bürgermeister, extrem erfolgreicher Unternehmer. Alle Banken dieser Welt haben Bloomberg Terminals. Da reagieren sie auf dieselben Headlines synchron, sozusagen. Und das wäre ein Kompromisskandidat der Demokraten, den so ziemlich alle wählen könnten. Ein extrem gefährlicher Herausforderer. Also es kommt jetzt Druck von allen Seiten. Für Trump ab nächsten Mittwoch wird es öffentliche Anhörungen in Sachen Impeachment-Verfahren geben. Was haben wir noch? Wir haben gesehen, dass wir wahnsinnige Bewegungen an den Anleihenmärkten haben. Wir haben gestern den größten Anstieg des TLT-ETFs oder den größten Fall dieses TLT-ETFs. Das ist ein ETF, das US-Staatsanleihen abbildet. Hier sind die Renditen gestiegen, teilweise auf 1,96%. Bei der 10-jährigen Anleihe ist dann wieder ein bisschen nach unten gekommen. Aber das sind große, große Bewegungen eben am Anleihenmarkt. Wir sehen, dass gleichzeitig die Stimmung der Privatinvestoren besser wird. Also dass diese Umschichtungen aufhören offenkundig oder aufgehört haben in die Anleihenmärkte, was ja lange der Fall war. Jetzt wollen alle plötzlich raus aus den Anleihenmärkten, aber wollen sie eben rein in die Aktienmärkte. Das ist die Frage. Wir sehen, dass es da bei steigenden Zinsen eben ein bestimmtes Muster gibt. Was ganz schlecht läuft, sind sogenannte Utilities-Versorger. Warum? Weil die so als Renditeersatz gelten. Es sind sehr konservative, nicht sehr kreative Geschäftsmodelle, die aber immer eben laufen. Die Unternehmen zahlen oft eine sehr anständige Rendite. Wenn aber die Staatsanleihenrenditen steigen, dann wird das plötzlich wieder eine echte Alternative. Wird ein besseres Investment als eben die Dividendenrenditen bei Utilities, bei Versorgern. Also was besonders gut läuft, das ist Financials, die laufen richtig gut. Industrials sind jetzt wieder gut gelaufen, also Industriewerte. Das ist sozusagen das Muster, das wir sehen. Technologie läuft auch ganz gut. Und Materials, also Materialien, okay. Und Healthcare, naja, auch okay. Also Gesundheitssektor, das vielleicht als kleiner Leitfaden. Was passiert, wenn die Zinsen weiter steigen, wenn die Renditen weiter steigen? Was haben wir noch? Wir haben natürlich Charts mitgebracht. Wenn sie denn kommen, was wir hier sehen, ist der Redov-Jones, die Charts von Capital.com. Und wir sehen, dass wir hier gestern ja mit diesem massiven Move nach oben gegangen sind. Und nochmal weiterer Move nach oben, eben aufgrund der Fake News, um es mal klar zu sagen. Dann sind wir runtergekommen ein bisschen. Dann gab es nochmal die Meldung, ja, es würde doch vielleicht einige Zölle zurückgerollt werden. Ging es nochmal nach oben. Dann gestern aber die Meldung, es ist wohl so, dass es großen Widerstand gibt. Es ist ein einziges Hin und Her. Jedenfalls sind wir jetzt etwas tiefer beim Dow Jones 27.644. Der S&P ist bei 3.779. Der Nasdaq 100, 8.192. Apple auf Anschlag, da leuchten die Warenampeln auf Dunkelrot, weil einfach das alles dermaßen überkauft ist, dass es schon weh tut. Gradient 4 Index auch bei 90, 91. Wir sehen hier den DAX 13.230, der nicht so wahnsinnig viel mitgenommen hat gestern aus dieser Geschichte. Na gut, 130 Pünktchen in der Spitze sind wir gestiegen aufgrund dieses Optimismus in Sachen Handelskrieg. Wir haben Dollarstärke gesehen und sehen Dollarstärke nach wie vor, 1.1050. Die Zinssenkungsfantasien sind ein bisschen rausgekommen. Wir sehen hier Ortshofer December Rate Cut. Also die Wahrscheinlichkeiten, die deutlich gefallen sind, dass die Fed nochmal im Dezember die Zinsen senkt. Warum sollte sie auch? Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wie jedenfalls Gold auch unter Druck hält sich jetzt bei 1.469 nach dem gestrigen Abverkauf. Und das amerikanische Crude Oil bei 56,65 Dollar. Also wird ein wichtiger, entscheidender oder interessanter Tag. Normal ist es saisonal so, dass ab dem 8. November ein Rücksetzer kommt. Ist es auch diesmal so? Gründe wären da, wenn man praktisch den eingepreisten Handelsdeal wieder auspreist. Zumindest teilweise auspreist. Und alle sind auf Anschlag investiert. Was soll schon schief gehen? Long, long, long. Nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Ich wünsche jetzt das allerbeste. Und sage Servus und Ciao. Und sage Servus und Ciao.